Hallihallo, Hallöchen! Ich habe ein Kraft-Update mit einem Junk-Journal. Ein Herbst-Journal war gewünscht und ich hatte ja das Papierset bekommen und dabei ist dieses rausgekommen. Gut, die Herbstblätter, die hatte ich noch irgendwo ergattern können, genauso wie das Sonnenblümchen, denn die Sonnenblume, die spielt eine ganz bestimmte Rolle bei der Empfängerin und ja, und da sollte dann auch das Blümchen irgendwie im Vordergrund sein. Und so habe ich dann mit schön herbstlich die Blätter, das Sonnenblümchen. Hier habe ich noch ein Schmetterling aufgeklebt und ich muss sagen, das Schwierigste an dem ganzen Buch war, diesen Schmetterling ans Halten zu bekommen. Der wollte nicht. Der ist immer wieder weggerutscht, runtergefallen, der Kleber hat nicht gehalten und es war echt ein Kraftakt. Ja, natürlich habe ich hier auch eine Dönze dran gemacht, inklusive Glöckchen. Der Buchrücken ist auch gestaltet. Von hinten sieht es so aus. Ja, mit einem einfachen Band zum Schließen. Jetzt machen wir ein Flip-Through, so heißt das ja. Ein Durchblättern zu Deutsch oder ein Blick ins Buch, wie es heißt bei manchen Online-Buchversandhäusern da. Also hier habe ich eine schöne Tech-Tasche mit Spitze dran. Da waren auch Bogen bei. Da habe ich dann nur die Schildchen ausschneiden müssen. Das ist dann auch hinten drauf Sonnenblume. Das ist aus dem einen Kalender, den ich habe. Ich dachte, mit den Sonnenblumen passt wunderschön dazu. Ja, und bei dem Papier, das war auch. Also der Schmetterling enthalten bekommen und dann zu entscheiden, welches Papier vorne auf den Cover kommt und auch innen, das war gar nicht so einfach. Denn die Papiere sind echt von beiden Seiten alle wunderschöne Wesen. Und da habe ich doch ziemlich lange überlegt, wie rum ich sie nur benutze und welche ich dann dafür aufklebe. Denn da kann man ja auch hier sehen. Auch da, das ist ja richtig toll. Hier, da war mir ja dann die kleine Elfe hier wichtig, dass man die schön sehen kann. Ja, hier haben wir auch direkt den ersten Charme, ein Bienchen. Ich finde ein Bienchen gehört auch zum Herbst. Da, da waren irgendwelche Aufkleber drauf. Da habe ich noch von hinten beklebt. In einem Restpapier. Ist ein schöner Tech. Hier oben der Sticker drauf. Ja, da kann man sehen. Auf der Seite so schön mit der Ecke und da wiederum so schön. Also egal, wie macht er das verkehrt. Da waren ein großer Stickerbogen dabei und dann zwei kleine Bogen mit so, halt mit dem Gedönsel-Chipboard-Sticker. Ja, so nennt man so. Ach Gott, nee. Schon heute wieder Wortfindungsstörung. Um dann auch so Knöpfe ohne Gedönsel zu benutzen. Und ist aber noch übrig geblieben. Ja, auch so ein kleines Sticker. Und dann hier so ein kleines Reststück. Dachte ich, das sieht auch noch richtig süß aus. Ne? Natürlich Kaffee, gefärbtes Papier. Mit den Schmetterlingen finde ich auch so schön. Die Farben in dem Papierset, die waren himmlisch. Das war alles so schön aufeinander abbestimmt. Ja, dann hier diesen Sticker. Natürlich von meinem Naturpapier muss da auch was mit rein, ist ja klar. Das mit den Farben passt einfach super gut. Und da dachte ich, das gehört da rein. Dann hier auch ein bisschen glänzendes. Eine Tochtenspitze. Und dann ist hier direkt eine Tasche. Weil die ist ja viel zu groß eigentlich für das Buch. Und da dachte ich, machen wir hier eine Tasche hin. Kann man auch noch was drin unterbringen. Normales Blatt. Dieses. Ich sag ja, der Papier, das war so schön, ne? Auch von der anderen Seite. Dann sind hier dann die zwei kleinen Kärtchen drin. Hier aus einem anderen Papierset. Die Ecke. Da kommt sie jetzt so. Kann man dann hochklappen. Und hier auch noch was reinschreiben. Das ist auch von mir, von einem Papierset. Fand ich sehr, sehr schön. Weil es passt doch farblich, ne? Auch mit dem Grün. Also im Herbst ist ja nicht alles ohne Grün. Es gibt ja immer noch Grün. Auch noch so ein paar Mutpapier. Ja, jetzt kommen wir wieder zum Kaffeepapier. Hier eine große Klammer. Da kann man dann der Peck hier. Und hier sieht man den Rest der Spitze. Und wieder das Naturpapier. Und hier ein Schildchen. Schmetterlinge. Und nochmal Kaffeepapier. Also ich habe versucht, wirklich jedes Stückchen unterzubringen. Und ich glaube, hier haben sie gerade auf den Kopf gestellt. Ja, sieht ja nicht so aus. Wo war, wo war, wo war. Habe ich schon echt auf den Kopf gestellt. Alter Schwede. Wo war denn das andere? Ist ja eigentlich auch wurscht, ne? Hier habe ich schon noch was hin geklebt. Der darf hat nämlich nicht zu sehen. Und bumms, verkehrt. Ja, die fliehen ja auch schon mal von oben runter. Also von daher. Man möge mir verzeihen. Hier ein kleines Elfchen. Der guckt auch so schön mit den Sonnenblümchen. Und den Notenpapier. Oktober. Das ist auch die Rückseite von dem hier. Und dann hier diese Text. Also es ist wirklich jedes Stückchen Papier möglichst dran verarbeitet. Da war auch nichts mehr übrig. Was ich da in Mülle schmissen habe, das waren hauchdünne Streifchen. Die ich dann abgeschnitten habe. Natürlich mit Spitze überall. Ist ja klar, ne? Hier dann der hier mit dem Schmetterling und dem Steinchen. Fand ich auch sehr schön. Hier haben wir den nächsten Charme. Ein kleiner Frosch. Ja, und Frosch hatten wir auch im Garten, ne? Gehört ja auch dazu. Ja, und dann auch wieder zwei Text. Und hier das Gelb. Na gut, wenn ich mit dir zubegucke, kann man doch... Ah, ist ja, das ist jetzt so rum drin. Finde ich trotzdem hübsch. Na, plöp da und du plöpst da. Hier auch wieder Schmetterlinge. Und hier ist noch ein Kalenderblatt aus meinem Duftkalender. Das ist Hagebutte. Riecht auch sehr, sehr gut. Hier auch wieder Tochtenspitze, aber ist eigentlich für eine lange Platte. Und weil man das ja dann ein bisschen umklappen muss, damit die überhaupt da reinpasst, habe ich dann daraus auch eine Tasche gemacht, damit man da auch was reintun kann. Und das riecht mal, boah, das riecht total gut, ey. Ja, hier dann ein kleiner Umschlag. Und auch hier ein Bildchen drin. Und da, wie ich sagte, da waren noch Knöpfe dabei zum Aufkleben. Fand ich sehr, sehr schön dazu. Hier habe ich die Schmetterlinge richtig rum. Und hier kann man auch wieder aufklappen. Also möglichst auch viele Taschen drin und so. Möglichkeiten, dass man noch was dran stecken kann. Deswegen habe ich auch geguckt, dass der Papier weitestgehend bis an den Rand geht. Und mein Kaffeepapier bügel ich ja nie. Da bleibt er immer so ein bisschen knautschig. Und mir fällt das super gut, ne. Sieht dann so schön alt aus. Ja, und auch hier wieder so eine schöne Elfe. Auch hier ein paar Sticker drauf. Hier die Ranke. Weiter vorne war das Reststück von der Ranke. Und auch hier wieder bunte Herbst. Einen grünen Hintergrund. Die andere Seite von Deuli. Von der Tochtenspitze. Und hier sieht man so schön die Hagebutte. Wenn die Hagebutte nicht zum Herbst gehört, da weiß ich auch nicht. Hätte ich ja gern so ein großes Platte gehabt. Aber mit so einer Blume fragt nichts, ne. Wäre ja auch toll gewesen. Aber ich glaube, die dufte doch nicht. Oder? Ne. Und wie immer auch hier die Streifen schön mit rein gesetzt. Hier ein Sticker drauf. Da ein Streifen mit dem Schmetterling. Der fand ich einfach zu schade. Also den wollte ich nicht einfach so, ne. Hier dann A6 Größe. Hier auch wieder das kleine süße Tierchen. Das ist ja immer bei diesem Naturpapier. Habe ich einmal DIN A4 und einmal in A6 dann so ein Blatt. Und ich finde, das gehört dann einfach dazu. Da kann man dann, man kann das auch nochmal falten. Da kann man sich ein kleines Heftchen draus machen. Oder man macht daraus einen Block. Kann man auch basteln. Oder einfach so. Kann man ja auch drauf schreiben. Wenn man einen guten Stift hat für drauf. Auch kein Problem. Ja, da sieht man es von der Seite. Und da sieht man das Papier von der Seite, ne. Und auch hier der kleine Mädelchen. Mit dem Schmetterlingchen. Da fällt mir gerade was ein. Da muss ich aber mal eben. Da hole ich mal eins raus. Denn hier ist eine Tech-Tasche drin. Habe ich vergessen, was reinzustecken. Aber das ist ein bisschen zu dick, ne. Jo. Dann holen wir doch. Nicht zu dick, zu groß, zu lang. Jo. Und du hier ist richtig rum. Und jetzt bin ich schon wieder weg. Hier. So. Dann stimmt das. Also, da kann man auch einfach einen Zettel drin verstecken, ohne dass einer was davon weiß, ne. Geht auch. Oder wenn man hier jetzt was Spitze drauf macht. Und genau über das Schildchen, da meint man, das müsste so sein. Da sieht keiner, dass da was drin steckt. Ein Geheimfach. Hier auch wieder aus dem schönen Kalender, so ein Herbstbild. Und dann hier die Libelle. Die finde ich auch hübsch. Und so eine süße, kleine Libelle gehört dazu. Da guckt er so süß, ne. So, jetzt sind wir schon bei dem letzten Heft, bei der letzten Signatur. Auch hier wieder Naturpapier. Und wieder ein Herbstdesign. Diesmal mit orangenem Hintergrund. Und auch hier wieder diese Tochtenspitze. Fliegen noch nicht verkehrt rum. Da, der fliegt nämlich hoch und die fliegen runter. Da war doch nicht im Kopf. Ich weiß, damit man auch möglichst hier und da mal einen Platz hat, damit man auch wirklich was reinschreiben kann. Hier dann so ein kleines Schildchen wieder. Da kann man ja noch irgendwo hinsetzen. Und nochmal so ein kleines Mädchen für rein. Ja, und wenn man hier schreiben möchte und hat einen passenden Stift oder das ist einem dann zu unruhig, da kann man ja auch ein Papier noch aufkleben oder eine Karte. Genauso wie hier kann man noch toll was draufkleben und dann trotzdem noch schreiben. Oder auch ein Foto. Da haben wir hier der kleine Püppi. Und hier die Karte. Hier wieder das Naturpapier mit den Blüten. Und auch hier nochmal so einen kleinen Abschnitt. Im Bad rechts oben. Hier sind jetzt links unten. Und da bin ich wirklich schade gewesen. Also bei den meisten Papier. Man hat es eigentlich bei jedem Papier leid, die Tanne da irgendwo drauf zu kleben. Ja, dann haben wir hier auch nochmal A6. Und der Bogen, der war, das ist der Rest von dem riesen Stickerbogen. Den habe ich schon auseinander geschnitten, damit der hier reingeht. Denn die Zahlen und Buchstaben, die kann man ja dann nachher beim Füllen des Journals sicher gut nutzen. Ich wollte da jetzt in irgendwelche Schriftzüge reinmachen, weil das ja, sollte ja jeder selber. Hier das Trämpchen drumherum, damit das Fräuschen, was hervorgezaubert ist. Da haben wir noch den Rest Knöpfe, Tags. Und noch eine Postkarte. Und auch hier wieder so ein paar Herbstblätter. Ein Kurbis, Beautiful und hier ein Schmetterlingknopf. Ja. Und das ist das Herbstjournal. Und das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, das zu machen. Ich finde das richtig toll. Und andersrum. Es ist aber auch eine besondere Wonne gewesen, mit so einem guten Papier zu arbeiten. Denn manch einer mag sagen, boah, von der und der Firma, da ist man zu teuer. Es gibt echt wahnsinns Qualitätsunterschiede. Denn hier, da klebst du auf, bumm, das ist glatt. Da gibt es ja andere Papiere, die sehr günstig sind. Ja, die sind auch genauso zu verarbeiten. Da hast du dann deine Probleme. Also hier, man sieht es ja auch, konnte ich hier drum kleben. Gar keine Probleme. Da ist nichts gerissen. Das hält, das ist Hammer. Echt Hammer. Es war mir eine Freude, dies zu machen. Hier auch ein Schlüsselchen. Ein Plättchen. Ein Schmetterlingchen. Noch ein Plättchen. Und so ein Plättchen. Dann hoffe ich, dass er sich richtig drüber freut. Dass er gern benutzt. Und das war es dann. Also braucht keiner Fragen. Das ist vergeben. Dann war ein Auftrag. In diesem Sinne dann, bis zum nächsten Mal.